Hallo zusammen. Ja, manchmal geht alles sehr schnell. Innerhalb weniger Stunden war das Obduktionsergebnis des Toten der Demonstration vom 1.8. in Berlin da. Ja, er verstarb an einem Herzinfarkt. An dieser Stelle unser ausdrückliches Mitgefühl für die Hinterbliebenen. Dennoch stellen sich einige Fragen, so zum Beispiel, warum in den Mainstream-Medien kaum davon die Rede ist, dass dieser Vorfall sich während einer polizeilichen Maßnahme zugetragen hat und das Opfer in Polizei gewahrsam war. Ja, zudem haben wir den zugegebenermaßen subjektiven Eindruck, dass die Zeiten, in denen eine Obduktion vorliegt, manchmal sehr lange dauern, besonders wenn die Täter vielleicht nicht so gerade ins öffentliche Interesse oder ins Bild der Politik passen. Aber wie gesagt, das ist durchaus ein subjektiver Eindruck. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch dazu auch was aufgefallen ist. Armin Laschet hat laut Bild-Zeitung die Wut der Opfer der Flutkatastrophe zu spüren bekommen. Er besuchte wieder einmal das Hochwassergebiet, das Gebiet, das vom Hochwasser betroffen war, und machte wie immer Versprechungen. Herr Laschet, unser Tipp, möglicherweise wäre es besser gewesen, wenn Sie einen Geldkoffer dabei gehabt hätten und die Hilfen, die Zugesagten und Versprochenen sofort ausgezahlt hatten. So mussten Sie sich auch den Spruch anhören, Sie werden es bei der nächsten Wahl merken. Ja, Leute, da können wir nur hoffen, dass der Zorn der Leute bis dahin nicht verflogen ist und dass wir wirklich mal einen entscheidenden Knick in den Wahl vorhersagen und in den Wahlergebnissen sehen werden. Apropos Wahlen. Olaf Scholz von der SPD ist tatsächlich immer noch der beliebteste der drei zur Verfügung stehenden Kandidaten. Herrn Laschet will man nicht, Frau Baerbock will man auch nicht. Jetzt ist also Olaf Scholz vorne. Aber die Medien berichten gleichzeitig, also die Mainstream-Medien berichten ausnahmsweise oder erstaunlicherweise gleichzeitig, dass es wohl eher daran liegt, dass man keinen besseren Kandidaten hat. Tja, ein altes Sprichwort, Herr Scholz sagt, der unter den Blinden ist der einäugige König. Insofern wünschen auch wir Ihnen ja sehr viel Erfolg. In meiner Sturm-und-Drang-Zeit, so um das 16. Lebensjahr herum, als ich anfing, mich für Politik stärker zu interessieren und ich glaubte, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, waren die Mainstream-Medien ja auch für mich Favoriten. Und eine besondere Stellung unter den Favoriten nahm damals die Süddeutsche Zeitung ein. Ich dachte, das ist das Maß aller Dinge. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass diese Annahme ja in mir ja fast zwei Jahre lang angehalten hat. Aber dann bin ich doch davon abgekommen. Nun gut, die Süddeutsche Zeitung arbeitet ja auch plakativ. Und so weiß sie, dass die Ärzte in Deutschland die Impfung für Jugendliche befürworten. Eine Schlagzeile, die einfach so da steht und nichts aussagt darüber, welche Ärzte, wie viele Ärzte und wer von denen überhaupt dafür ist. Ja, und dann eine zweite Schlagzeile, die wir heute noch in der Süddeutschen gefunden haben. Zu viele Briten sind in Quarantäne. Die Regierung ändert die Corona-Warn-App. Die Unternehmer sind sauer, weil sie so viele Fehlzeiten beklagen müssen und nicht recht vorankommen. Nun fragen wir uns, was kann man da an der Warn-App ändern, außer dass man nicht mehr so genau hinsieht und dass die Quarantäne-Fälle ja sich unbedingt verringern müssen. Das kann ja nicht an dem Ausbruch der Krankheit oder an der Inzidenz liegen. Die wird sich ja daran nicht irgendwie festmachen oder daran halten. Der Virus wird weiterhin grasieren. Also so kann man doch nur die Parameter ändern. Also was bringt diese Warn-App? Leute, ich glaube, damit hat man sich wieder mal selbst ein Ei gelegt. Der weltbekannte und weltberühmte und sehr geliebte Bundesgesundheitsminister hat jetzt Zusatzimpfungen für alle Leute, die mit AstraZeneca oder Johnson & Johnson vollständig geimpft sind, ja, angeboten, versprochen, gefordert oder wie auch immer. Er ist der Meinung, dass alle zur Auffrischung einen mRNA-Impfstoff von Moderna oder BioNTech bekommen sollten. Im Zusammenhang damit stellen wir fest, dass Karl Lauterbach die STIKO, die ständige Impfkommission, weiterhin kritisiert und fordert, dass die Kinder und Jugendlichen verstärkt geimpft werden sollen. Unser Fazit, möglicherweise kommt bald eine Impfempfehlung oder ja vielleicht auch eine Impfvorschrift für Kinder und Jugendliche mit mRNA-Impfstoffen. Das könnte eventuell das Ziel unserer Politiker sein, um Schaden von uns allen abzuwenden. Und zu guter Letzt die Meldung, dass einige Politiker fordern. Die Bewegung Querdenken sollte verboten werden. Wir sind der Meinung, das wird nicht geschehen, denn der Staat braucht ein Feindenbild, braucht jemanden, dem er alles Böse in dieser Republik in die Schuhe schieben kann. Auch die Antifa braucht die Querdenker, um Leute zu verunglimpfen und beim Namen zu nennen. Aus unserer Sicht wäre ein Verbot nicht sonderlich relevant, denn wir sind eh nicht verbunden mit der Organisation Querdenken, sondern wir sind wie viele und wie wir glauben die meisten der Protestierenden und der Demonstranten einfach nur mit dem Begriff Querdenken irgendwie solidarisch verbunden, dass man halt anders denkt als der Mainstream, differenzierter denkt und viele Sachen hinterfragt. Also Querdenken ist für uns nicht unbedingt eine Organisation. Wir können auch auf Führungspositionen oder Führungspersonen verzichten. Der Wille zur Demonstration, zum Aufbegehren wird dadurch nicht geschmälert. Leute, was denkt ihr? Brauchen wir die Institution Querdenken? Ist es für den Staat oder für irgendjemanden besser oder schlechter, wenn das Verbot kommt? Wie denkt ihr darüber? Leute, ansonsten denkt dran, Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Es bröckelt, es bröselt. Wir glauben fest daran. Wir müssen nur weiterhin hinausgehen. Wir müssen unseren Nachbarn, Freunden und Verwandten sagen, was wir wissen, was wir denken. Ihnen Zahlen, Daten und Fakten nennen. Leute, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao.